willkommen zum seminar messenger marketing mit chatbots hier erfahren sie alles zu den seminar inhalten wie wäre es wenn sie 24 stunden am tag 7 tage die woche für ihre kunden erreichbar sein könnten dank künstlicher intelligenz ist dies mit chatbots möglich erfolgreiche eins zu eins kommunikation mit kunden wird in einer vernetzten digitalen welt für unternehmen immer wichtiger doch wo befinden sich die kunden nahezu alle kunden nutzen den facebook messenger oder whatsapp zur täglichen kommunikation messenger marketing bedeutet solche mobilen chatplattformen und apps als marketing und werbekanal zu nutzen ein einfacher und effizienter weg die eigene zielgruppe anzusprechen in diesem einführungsseminar erfahren sie was messenger marketing ist und welche möglichkeiten sich mit dem einsatz von chatbot technologie und key für ihr unternehmen bieten welche chancen und risiken gibt es in der praxis bei der automatisierung im kundenservice wie sieht die aktuelle lage am markt aus und inwieweit sind kunden bereit sich auf chatbots einzulassen finden sie innovative lösungen für ihren kundenservice und verbessern das nutzererlebnis auf ihren online angeboten nutzen sie unser expertenwissen für ihr weiterkommen buchen sie ihr seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen sie sich beraten wissen bewegt das nutzererlebnis auf ihre kundenservice